Nun zur schriftlichen Multiplikation. Was nehmen wir denn für eine Farbe? Na, nehmen wir mal die. Jetzt werden sich alle Damen freuen. So, Multiplikation. Ich schnappe mir wieder Zahlenkolonnen, ohne drüber nachzudenken. Werde aber mal was erläutern, was vielleicht ein bisschen seltsam anmutet. Und trotzdem machen sowas Mathematiker. Also, das ist keine Schande, wenn man sowas macht. Also, auf zur Multiplikation. Nehmen wir folgenden Fall an. 4, 5, 6 mal 7, 8. Nehmen wir diese Zahl. Wir machen einen Strich drunter. Und ich empfehle jetzt auch die Überträge wieder reinzumalen und nicht hier irgendwo drauf zu schmieren. Und, wichtig ist, ich fange jetzt mit einer Zahl an und ziehe das ganze Verfahren eiskalt durch. Also, ich fange mit dieser Zahl hier an und nehme diese mit den einzelnen Zahlen hier vorne mal, ich sag das mal so locker. Also, fangen wir an. Und indem ich einfach mal einen Pfeil rüber mache, wenn ich noch Anfänger bin, dann kann ich auch nichts vergessen. Dann sag ich, so, 6 mal 7. Ne, ich werde es mal in Rot weitermachen, dann fällt das besser auf, welche Zahlen ich multipliziert habe. Also, 6 mal 7, 7 mal 6 ist 42. Wir kennen das schon von der nächsten Stelle. Da ist die 4 schon. Jetzt kommt 7 mal 5, 35 plus 4, 39. Hier kommt wieder meine 3 hin. Und jetzt kommt der letzte Schritt. 7 mal 4 ist 28 plus 3 ist 31. Erste Zahl erledigt. Ich mache jetzt in Blau weiter. Die 8 ist dran. 8 mal 6 ist 48. Wichtig, ich muss hier drunter schreiben. Hier unter dieser Zahl, mit der ich multipliziert habe. Also, 8 mal 6 ist 48. Jetzt kommt 8 mal 5 ist 40 plus 4 ist 44. Jetzt kommt 8 mal 4 ist 32 plus 4 ist 36. Jetzt kann ich die Zahl groß schreiben, denn hier ist nichts mehr zu multiplizieren. Jetzt kommt der übliche Verfahrensweg wie bei der Addition. Jetzt muss ich die beiden Ergebnisse noch addieren. Hier hinten habe ich 1 multipliziert, also bleibt das auch die 1er Stelle. Nichts plus 8 ist 8. 4 plus 2 ist 6. 9 plus 6 ist 15. 10, wir kennen das aus der Addition. Und 3 plus 1 plus 1 ist 5. Hier ist kein Übertrag, also muss die Zahl heißen 35.568. Die schreibt man dann natürlich, wenn man solche Krickel drin hat, nochmal sauber ab. Hier ist es nicht nötig, sauber abzuschreiben. Machen wir das Ganze mit größeren Zahlen, können wir jetzt auch machen. Machen wir das Ganze mal mit einer Kommazahl. Dazu möchte ich aber nochmal vorher was einfügen. Bei Kommazahlen haben die meisten Angst. Deswegen mal folgendes Beispiel. 0,3 mal 0,2. Oh, da kommen Antworten wie 6, 60, 0,6 oder, 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 oder. Ganz einfaches Verfahren, wie man es sich merken kann. Man sagt, wie viele Kommastellen habe ich? Eine und noch eine. Na dann, dann ist das Ergebnis leicht. Ich sage, ich lasse hier ein bisschen Platz für die Kommastellen, die ich eventuell brauche. 2 mal 3 ist 6. Und jetzt brauche ich aber zwei Kommastellen. Eine habe ich schon. Also fülle ich mit der 0 auf. Und das sind 0,06. Was steckt dahinter? Das sind 3 Zehntel. 3 Zehntel mal 2 Zehntel. Zehntel, sieht man, die haben eine 0, also eine Kommastelle. Bei der Multiplikation von Brüchen ist es einfach. 3 mal 2 ist 6. 10 mal 10 ist 100. Und jetzt sehen wir es auch wieder. Zwei Kommastellen, weil zwei Nullen. Das steckt dahinter. Machen wir diese Aufgabe nochmal als Kommaaufgabe. 4,56 mal 7,8. Aus dem hier oben wissen wir, wir werden wahrscheinlich drei Kommastellen haben müssen. Das soll uns aber jetzt im Moment noch nicht interessieren. Wir ziehen das ganze Verfahren nochmal durch. Ich mache das nochmal. Ich mache jetzt mal keine Pfeile ran. 7 mal 6 ist 42. 7 mal 5 ist 35. Plus 4 ist 39. 7 mal 4 ist 28. Plus 3 ist 31. Nächste Zahl. 8 mal 6 ist 48. 8 mal 5 ist 40. Plus 4 ist 44. Und 8 mal 4 ist 32. Und 4 sind 36. Ich habe das eben genauso gemacht. Ich habe das bloß abgekürzt. Ich habe keine Pfeile ran gemacht. Jetzt zähle ich, ohne auf die Kommastellen zu achten. Ich empfehle das so. Es gibt auch andere Menschen, die sagen, ja, da muss ich hier irgendwo die richtigen Komma setzen. Das verwirrt und bringt die Kinder meistens durcheinander. Nächste Plus 8 ist 8. Das ist 6, 5, 10. Hier die 1 oder hier die 1. Ist 5 und eine 3. Jetzt gucke ich. Eine. Na, ich mache es nochmal bunt. Ich habe eine. Und hier noch zwei Kommastellen. Also muss ich hier irgendwie, dann mache ich es hier auch nochmal bunt, muss ich hier drei Kommastellen schnappen. Und dann kann ich auch das Komma setzen. Und dann habe ich es. Es gibt noch eine Möglichkeit, das zu überlegen. Man macht das mit einem Überschlag. Man sagt ganz einfach 4 mal 7. Ich achte gar nicht drauf, ob ich hier richtig runde. 4 mal 7 ist 28. Ich muss also im 30er Bereich bleiben. Und dann weiß ich auch, wo ich das Komma hinzusetzen habe. Das geht ganz genauso. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch viel darstellen muss. Also bei der Multiplikation ist an sich auch nicht viel zu tun. Wir werden gleich zur Division kommen. Ich schließe das Video in diesem Fall ab. Ich schließe das Video in diesem Fall ab.